Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Ultimate Chicken Horse zusammen mit Maudado, Winter Cracker und Zombey. Bewertet den Part und viel Spaß. Na Leute, seid ihr bereit? Pack die Münze weg! Ey, nein. Warum hab ich das? Ja, ja, mach ich. Pack sie aber daneben. Pack alle da hin. Pack alle Münzen da hin. Das wird so geil. Es sieht richtig schön aus. Die dürfen wir aber nicht nehmen, ja? Okay, ich geh da nur hin. Ich guck mir die nur an. Ah, gut. Okay, okay, okay. So. Ich guck mich auch noch an. Los geht's. Komm, wir gucken die alle an. Ah! Nein. Nein, Mau... Hä? War das Absicht? Die drei Leute haben es nicht geschafft. Und Nummer vier kennt noch den Geheimgang, den wir entdeckt haben in der letzten Folge. Mieses Schwein. Was? Sommel schummelt schon wieder. Nein, deswegen erlaubt man das nicht. Sommel schummelt echt wieder. Ja! Ja. Hä, geht das gar nicht? Nee, ich glaub nicht. Hätte ich mein Ding da drüben hingesetzt, hätte ich sogar geschafft. Und die Münzen kehren zurück, ist das schön. Boah, wären das viele Punkte gewesen. Ja, nein. Ja. Hallo? Ja. Och, Mann. Was denn? Seht ihr, dass ich da an der Wand hänge? Äh, nee. Hä? Nee? Nee, ich nicht. Ich kann mich, ich kann... Du bist ja der Eingang unten oder oben gewesen? Ich glaub. Ich kann mich nicht bewegen. Nee, oben. Nee, oben, 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 oben. Da? Nein, warte da oben. Da ganz oben bei dem Baum aus. Ja. Ja, ja, genau. Ey! Ich kann mein Ding nicht setzen, was ich ausgewählt habe, aber ich kann nicht spielen. Okay. Dön ist egal. Ich seh nix, hallo. Manu, spring mal runter, ich möchte was sehen. Oh nein. Ich bin tot. Okay, Leute. Sorry. Komm mal. Ha! Oh Gott! Ich wähle! Leben! Zombie. Warum heißt ich anonym? Stimmt. Das ist immer dir falsch. Ich existiere nicht mehr. Das ist cool, oder? Mann! Ja! Krass, ey! Wuuu! Oh. Nein! Drei Leute tot. Drei Leute. Ich hasse das da unten. Ich liebe die Spikes. Ja. Ah. Okay, ich musste da ganz vorsichtig rauslaufen. Und jetzt bin ich bereit. Und jetzt, uuuu! Uuuu! Wird er es schaffen, Leute, wird er es schaffen. Warte, ich muss da... Oh, oh. Ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Hä? 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 Ich war auch ganz knapp neben den Stacheln. Ja. Ja, du bist gestorben. Ich nicht. weil es gebackt hat. Mich hat irgendjemand tot gehackt. Ja, anonym war es. Ja eben. Der Anonyme. Oh! Wow! Da war da das Fließband. Ui! Das ist gar nicht mein Fließband. Das ist meine Box. Jemand hat meine Box kaputt gemacht. Alter. Wer, weißt du? Nein! Jetzt ist er voll einfach. Ach, Mann. Nein, Zombie. Nee. Hör doch mal auf hier. Und los, Winterkrieger. Schneller. Übereil dich. Ich rette dich. Ja. Ich hab gewonnen, Leute. Jetzt bist du im Weg. Und jetzt rettest du ihn auch. Das ist so unfair. Zombie leg die weg. Zombie. Zombie leg die weg. Das ist perfekt vom Time, ey. Mann! Aber erster Punkt. Ja! Waren da nicht drei Münzen drüben? Nee. Oder hast du nur zwei Münzen-Punke? Die haben jetzt erstört. Davor. Ah! Oh, nicht von dir. Ja, kein Problem. Dass du dir selber die Punkte weggenommen hast. Ja, natürlich. Was ist das? Der Weg nach oben. Hä? Hä? Das kann... Was macht... Was passiert hier? Wo steht das Spiel nicht mehr? Hallo? Ich bin ja von unten. Ha! Okay. Ja! Oh, ne. Und ich rette euch das... Ich hab ein Leben. Leute? Was passiert? Ja! Solo! Ich hab den Stein so schnell wie möglich aktiviert. Achso! Und mir damit zum Sieg verholfen. Ja! Hä? Das ging schnell. Was passiert hier mit mir? Manu fliegt ein bisschen. Ja, das ist wie weh. Also da unten startet man. Zombie, nein! Mach nicht mein Ding irrelevant. Mann. Das lass ich gleich wegplatzen. Was für ein... irrelevant. Ja, was für irrelevant. Da rechts das. Wie hieß du? Geh drauf. Nee, Zombie hat's nicht gesehen. Komisch. Komischer Typ. Ah! Ach, man kann ja da... Willkommen in der Lava. Ich hab gerade komplett ausgeblendet, dass man da drauf darf. Toll. Alles Zombie schuld. Ja, ja. Bitte, bitte. Nein! Ey! Ach, Mann! Mein armes Teil da rechts. Ich will auch nur, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Dieses Mal funktioniert der Supersprung! Ja! Da geht er drauf! Wow! Kann der meine Ahnung? Hallo? Zombie, komm zurück! Hahaha! Ui! In die Lava! Komm schon mal da, du! Fast! Na, noch ein Stück! Hä, die Lava fällt doch schon auf ihn drauf! Wie überlebt er das? Warum ist er nackt? Ich bin der Superhuhn! Ja, selber, Manu! Ich bin nicht nackt! Ich hab mein Fell! Ja, und ich hab meine Federn! Nee! Na doch! Der kann ja nicht die Kulo-Maschine blockieren! Okay! Dann blockiere ich die Manu-Maschine! Nein! Ja, dann blockierst du uns alle! Äh, blockier mal! Wir können nicht mehr spielen! Blockier das schwarze Loch! Mach's auch! Och nein! Ich hab Argen! Ich auch! Leute! Das geht nicht! Warum hast du das getan? Mach vor! Winter Cracker! Ja, genau so! Mach mal nach! Das ist ein Portal, Mordado! Zum Ende! Ich bin zum Ende! Na! Ja! Nicht zum Ende der Map! Zum Ende deines Lebens! Willkommen in der Hölle! Ja! Ich hab verfehlt! Nein! Zombie! Zombie! Ich hab mich verfehlt! Okay! Willkommen in der Hölle! Wo mach ich meinen hin? Da! An die Blume! Ja! Mach's an die Blume! Ja! Mach's an die Blume! Nein! Was machen wir jetzt, Leute? Können wir da lang? Okay! Ah! Scheiße! Das geht ja echt noch! Ja! Ich hab gar nicht mit gere... Na! Rechnet! Mordado hat dich schon wieder umgebracht! Jedes Mal! Was? Das war nicht ich! Das war Manu! Nein! Da war ich schon lange tot! Hör nicht auf ihn! Hör nicht Manu immer! Guck mal das Papierflieger Winter Cracker! Ja! Geht drauf! Vom Winter Cracker, hä? Oh Gott! Da ist ein Dings! Ja! Ja! Es hat einen Sinn! Es hat mich auch fast getötet, aber ich hab's gerade noch gesehen! Der ist mal gerade in der Lama und ist rausgekommen! Ich bin so stolz! Mein Teil hat dich gerettet! Nein! Okay, also ich nehm... Nehm ich Stachel? Ja, ja! Nehm! Ich hab es gesehen! Mächtiger Winter Cracker! Hui! Schabalara! Da wird man auch noch getroffen? Nein! Ja! Danke! Ah ist doch schön! Das war das sinnvollste Item ever! Komm von Mordalo! Genau so! Oh Gott! Er lebt! Das ist doch krass! Oh! Oh nein! Der Papierflieger! Der rette dich! Greif ihn! Ja! Und jetzt auf Shell! Shell! Nein! Oh Gott! Er macht es knapp! Ich hab ne Idee! Was denn? Wieder zurückfliegen? Hä? Ah! Verdammt! Da ist was! Ach da drübe! Ah jo! Süß! Alle haben es gesehen, außer Mal! Ja klar ne! Ich glaub wir haben andere Prioritäten im Leben! Absolute Zerstörung! Ja! Ja! Haben wir jetzt da unten durchhüpfen oder was ist der Plan? Ich weiß nicht ob das geht! Huiiii! Ich mach's rein! Ja es geht! Oh da wird der Kacker so oben drüber geklettert! Ja! Und vor allem bin ich da einfach gerade gegen gerutscht! Oh Gott! Was ist denn da passiert? Kann man da sterben bitte? Genauso! Ui! Nicht auf meine Plattform! Hä? Achso! Nein! Hä? Ich nehm das noch! Ich nehm das noch Leute! Geil! Ja! Ja! Da ist jetzt ein Brett drunter! Ja! Ich muss! Ich will! Ich hab so viele Leben investiert! Ja! Na was machst du denn? Ich mach's noch ein bisschen sicherer für mich! Aua! Ja! Leben! Nein! Es geht gar nicht! Ich wähle es! Ui! Was? Es geht nicht? Wie es geht nicht! Was soll denn da nicht gehen? Nein! Er ist nicht ins Portal gesprungen! Er ist irgendwo runter gefallen! Das Portal geht nicht! Das Portal geht nicht! Boah! Wo ist denn eins gestorben, ne? Hallo! Hallo! Ich hab's! Ja! Ja! Oh! Puh! Falle! Ja! Das hat dich gerettet! Wie stolz ich auf Mondado bin! Aber zieh dich bitte trotzdem an! Da fällt keiner mehr runter! Zwischen den zwei Blöcken! So! Das ist doch schön! Nein! Ey! Ja! Ja! Ach! Ich wusste nicht was ich sagen soll! Nein! 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 Oh Gott! Nein! Nein! Wir haben zusammenbruch gestorben! Wo ist Winterquacker? Ich bin wieder runter gefallen beim gleichen Sprung! Für welchen Sprung? Genau bei dem, den ihr gerade macht! Ja! Den hab ich gerade auch nicht geschafft! Achso! Dann hättest du es doch davor hin machen müssen! Deine Hilfe und nicht danach! Ja! Ja! Tim Maudado! Hä? Ja! Ne! Ja! Warum bist du so unfair Maudado? Hä? Warum? Also ich muss sagen, da runter zu kommen ist schwerer als nach oben zu kommen! Ne! Eben nicht! Sonst würde ich ja nicht jedes Mal dabei sterben! Dafür mach ich einen Hydran! Ui! Wasser! In den Wasserfall und lösch den! Ja! Mach den aus! Ey! Nein! Den mach ich aus! Okay! Ah! Ist das schön! Einverdanker! Warum er das denn gemacht? Das ist ja nicht! Bitte bitte! Ja! Ach! Oh! Winterkrieg hat Spaß! Oh! Ja! Und? Hä? Zumal! Was macht er? Was macht er? Was macht er? Oh! Oh! Ist ja der Tod! Okay! Nein! Es kann nicht wahr sein! Wieso gehst du denn? Ach man! Warum habt ihr denn da eine Kindersicherung reingemacht? Wolltest du... Hallo? Ach nein! Und jetzt bin ich hier unten! Aber warum? Die Boxi dreht sich direkt, die aktiviert ist die ganze Zeit! Aber man muss ja... Ah jetzt! Manchmal! Ja ja! Richtig verbuggt! Oh nein! Nein! Wie ich mich gerade gefreut hab, dass ich es wieder mal... Ach! Ein Ziel geschafft hab! So! Okay! Manu wollte mein Ding kaputt machen! Nee! Was wollte ich kaputt machen? Okay! Okay! Willkommen in der Hölle, du Bastard! Oh nein! So! Was machst du jetzt? Mach noch... Nein! Wer hat ein Stacheldraht? Es ist mal wieder Manu! Manu macht die ganze Zeit unsere Sachen kaputt! bank! Okay, da war ich auch schon mal drauf kurz. Nein. Ja flieg weg. Oder auf die Blume. Oh nein. Hä, auf der Blume ist bei mir gar kein Stacheldraht. Wow. Neu ist der Hex. Doch. Auf der oben. Ja, auf der oben, genau. Okay, dann kommt Odardo ja locker durch. Ja. Ich schaff das ja. Der schafft das ja. So, ich hab auch gewartet. Ja. Ist ja vorbildlich. Ja, wir werden extra wenig sehen. Ja. Hä, wo ist der Stacheldraht hin? Hä? 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 Nee. Hä? Also das, wenn ihr dadurch jetzt ge... Ja, unfair. Unfair. Was ist das denn? Wo ist der Stacheldraht? Der ist irgendwie dran. Der ist auf einem Rutsch, gell? Nice Hacks. Okay. Dann bewerte den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.